Ja, und könnt ihr auch ein Liedlein singen für uns? So in der Weihnachtsbäckerei oder so, das hören die Bäckerchen ja mal. Ja, na dann fangt mal an, singt mal. Singt gut. Und mich macht so mancher Knick eine riesenroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Das habt ihr schön gemacht. So wollen wir mal sehen. Guckt mal an, die fleißigen Bäcker haben hier euch. Jedem wird was gebacken. Und wenn du was willst, musst du kommen wieder.